So, und damit sind wir bei der zweiten Division und wir zeigen Ihnen ein Spiel aus dem Mittelfeld, nämlich Braunau gegen Spital. Beide Teams haben erst einmal gewonnen und brauchen also dringend Punkte, um einen guten Platz zu festigen. Besonders der SV Braunau in den weiß-schwarzen Dressen von rechts nach links unter Trainer Ernst Weber hat sich für diese Heimpartie viel vorgenommen. Zu viel vielleicht, denn die Gäste aus Spital agieren torgefährlicher. Diese Szene ist bezeichnend für den Spielverlauf, Braunau's Abwehr zaudert zu lange, Hofer trifft den Pfosten, den Abpraller erwischt Kruic und nach fünf Minuten führt Spital mit 1 zu 0. Die Kärntner im Mittelfeld mit der besseren Raumaufteilung lassen den SV Braunau nicht ins Spiel kommen. Sie attackieren früh und kommen zu weiteren Konterchancen. Hofer sieht Dzeko mitlaufen und der schiebt den Ball ins Netz. Das 2 zu 0 für Spital in der 19. Minute. Noch einmal der gefühlvolle Pass von Hofer, die gesamte Abwehr ist ausgespielt, Hochleitner kann nicht mehr eingreifen und Tormann Saurer ist zum zweiten Mal geschlagen. Nur mühsam erarbeiten sich die Braunauer Chancen. Bleier wird an der Strafraumgrenze gefault. Den Freistoß tritt Levente der Romäne im Dress der Braunauer und er trifft den Pfosten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit noch ein Eckball für Braunau. Hochleitner versucht es aus der Drehung, doch es bleibt beim 2 zu 0 für die Gäste nach 45 Minuten. Spital kontrolliert die Partie auch in der zweiten Halbzeit. Kuttnig marschiert fast unbedrängt Richtung Braunauer Tor. Wieder agiert die Abwehr unglücklich und Hofer setzt sich noch auf die Torschützenliste. In der 69. Minute steht es 3 zu 0 für Spital. In der Schlussphase lässt Spital noch eine dicke Chance aus. Saurer kann einen Schuss von Grujic nur kurz abwehren, doch der eingewechselte Pirker vernebelt. Spital gewinnt in Braunau 3 zu 0. Na ja, 0 zu 3, richtiger Tipp 2, was also die Toto-Freunde betrifft. Die übrigen Spiele der zweiten Division sind noch im Gang, der BB1 hat hier verloren. Schauen wir zum Toto-Schein. Torwette 3 zu 0, Tipp 1, 3 zu 2, Tipp 1, 0 zu 2, Tipp 2, 2, Tipp 2.